Wochenende, ich bin Level 250, Charlie bald auf 30 und ein Schurke ist da. Der Schurke wird mir das finale Level-Up bescheren. Es ist Supernerdio. Genau, der ist am Start und der ist auch schon fast down. Ich habe so gemacht, beziehungsweise ich habe jetzt aufgenommen und bin mir sicher, in den nächsten 15 Minuten wird er down gehen. Genau, down gehen. Die Donuts sind leider in der Form eines Donuts und zwar auch hier. 0, 0, 0. Ich habe nämlich gestern alles im Casino verbraten und es ging sich punktgenau aus. 30 Mal gambeln und dann waren meine Donuts weg. Da werde ich heute wahrscheinlich aufladen. Problem ist nur, jetzt geht sich das nicht mehr aus, so dass ich beim Schurken was rausballern könnte. Ich habe allerdings zwei kostenlose Angriffe zum Verkürzen. Das heißt, ich kann die gute alte Oldschool-Taktik machen und ganz am Ende noch eine Fernbedienung verwenden. Eventuell wird ja das was. Verdammt, die Heldentaten habe ich mir gar nicht so angesehen. Ich hoffe, da war was. Ja, egal. Auf jeden Fall 11 Stats habe ich noch. Die waren vom Gamble gestern und von dem einen Level-Up. 250 und jetzt 322.000 Erfahrungspunkte für einen Level-Up. 9 Millionen hatte er vorhin. Mal schauen. Komm, 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 komm. Du kannst noch nicht tot sein. Du weißt zwar, die rasten hier aus, aber du kannst 8 Millionen. Ach so, okay. Ich dachte, es geht ein bisschen schneller. 9 Angriffe von mir. Los geht's. 2 Minuten pro Angriff. Das passt ja. Da kann ich mir eine Zwischenzeit ansehen. Das gab's gestern, nämlich beim Gamble. Plus 40 nehme ich mal. Plus 1 kann ich dann eventuell umrüsten für die Stats. Antimagnetische Helden-Überraschungsbox. Die war vom Bandenkampf, habe ich hier nicht im Video gezeigt. Aber ich öffne es im Video und bekomme folgende Gegenstände in der Überraschungsbox. Ein Teil vom Set, nämlich der Helm. Minus 27, okay. Na gut. Wird aber sehr genial, natürlich durch die Prozente, wenn man die Sets hat. Dann sind die Items spitze. Dann schmeiße ich das mal weg. Und jenes, den Kaktus, hebe ich mir auf. Denn mein kleiner grüner Kaktus, mit dem kann ich umrüsten, wenn mir die Stats nicht so passen. Aber nö, das ändert sich nicht gerade ins Positive für mich. Dann schaue ich hier mal rein, was es da so gibt. Minus 10, Minus 22, aber das ist eventuell Condi. Egal, brauche ich jetzt nicht. So, hier Minus, Minus, Plus 22. Uno, Momento. Da geht der Gripse drauf. Das ist sehr gut. Gut, das nehme ich. Schuhe 471. Und genau, dann kann das weg. Dann habe ich gerade schlechtere Condi-Schuhe getragen. Das war dumm von mir. Aber ich mache manchmal dumme Sachen. Die Stats sind in Ordnung. Das gefällt mir. Was blinkt hier? Das rote Rufzeichen. Das könnte so ein Schurkenname sein. Das rote Rufzeichen. Schleicht mal wieder durch die Nächte. Fünf verschiedene Begleiter gesammelt. Moment, ich glaube, der Kampf ist gleich zu Ende. Fünf verschiedene... Fünf habe ich schon? Eins, zwei, drei... Hm... Also, irgendjemand von uns kann nicht so gut rechnen. Das sind vier, laut Adam Riese. Oder zählt der eine dazu, den ich mir nicht gekauft habe? Oder habe ich schon einen freigelassen? So, sechs Millionen. Vorhin waren es acht. Da müsste noch einer gehen. Hä? Moment, ich stehe mal wieder wie immer auf der Leitung. Warum auch immer ich hier fünf habe, ist egal. Ich nehme mir die Heldentat. So, 50 Mal Ganovenbanden gekämpft. Was gibt es da für drei Fähigkeitspunkte? Gönne ich mir. So verpitzen geborgen. Drei Fähigkeitspunkte. Was läuft denn heute? Fähigkeitspunkte. Das waren jetzt locker schon 20 Wurfwaffen plus zwölf. Das sind nice für den Schurken nochmal. Fünf Fähigkeitspunkte. Das sind alles die Heldentaten von einem Tag? Ich habe doch gestern ein Video gemacht. Acht Donuts. Okay, ich war nicht auf S12, aber trotzdem. Wie viel ist denn da jetzt passiert? Vier Donuts. Dann ein epischer Gegenstand. Dann ein epischer Gegenstand. Yo, 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 yo. So, plus 16, plus 4, plus 8, plus 41 und 30 Stats. Ist das euer Ernst? Ich denke schon, ihr macht keine Witze. Jetzt habe ich mich irgendwo verklickt, aber das ist egal. Macht ja nichts. Ich habe sowieso die kurioseste Skillung, seit es Schokolade gibt. Hier trainieren. Sauber, mach weiter. Und dann geht es hier noch los. Viermal trainieren ist erledigt. 13 Mal Wurfwaffen. Duelle gekämpft. Oh, wow, wow. Da habe ich wenige in dieser Woche. Und 11 von 14 Missionen abgeschlossen heute. Habe ich echt erst zu wenig? Anscheinend 68 von 100. Der Tag ist noch jung, aber trotzdem hätte ich gedacht, dass ich da schon ein bisschen mehr am Start habe. Da macht ja nichts. Jetzt erst mal volle Konzentration. Super Nerdio. Muss down gehen. 4,3 Millionen. Das ist jetzt die Frage. Ich kann wahrscheinlich noch einen mit Werbung machen. Einen mit Werbung. Genau, dann sehe ich mir kurz einen Spot an. Du hast beim Fernsehen die Wartezeit um eine Minute verkürzt. Es war übrigens ein Werbespot für Spieletrend.com. Mehr als 150 Free-to-Play. Nein, Quatsch. Also, 15 Sekunden noch. Geht sich da eine flotte Post aus. Von Kiwiman. Ich liebe sie. Einmal Team und mich vorstellen. Bitte. Nein, 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 nein. Nice. Ein weiblicher Charakter mit dem Namen Kiwiman. Dinge gibt es, die gibt es ja wohl gar nicht. So, 2,8. Genau, es war nämlich sehr knapp. Ich glaube, noch eine Minute überlebt er nicht. Beziehungsweise, das wäre dann schon eine heikle Angelegenheit gewesen. Was kann ich tun? Was kann ich machen? Ich kann Sachen machen. Ich chill mal kurz. Lese gemütlich in der Post. Nämlich von BooBoo. Na. Kennst du noch? Der Johnny aus Brickforce. Aber sowas von. Bist du der Johnny? Crazy Fight Club. Bist du der Johnny? Und sorry, falls ich das jetzt verraten habe. Vielleicht bist du ja gar nicht der Johnny. Aber natürlich kenne ich der Johnny. Einer der aktivsten Brickforce-Spieler ever. Wie könnte ich dich nicht mehr kennen? Manometer. Und natürlich. Sorry, ich muss euch helfen. Vielleicht benötigt ihr Batterien für den Schurken. Mach schneller. Der Schurken muss angegriffen werden. So. Ich würde mal 1,6. Oh, jetzt geht es. Jetzt geht es auch mal los. Jetzt geht es auch mal los, liebe Leute. Jetzt geht es los im Sekundentakt. 1,3. Ach, wenn das ein Live-Counter wäre. Wenn das Wörtchen. Ui. Wie soll ich denn das jetzt erraten? Der ist vielleicht schon down. Einmal verkürzen. Zweite Mal. 3, 2, 1. Go. Und. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Nicht abbrechen. Ich hasse das. Ah. Falschen Button erwischt. Ich muss echt sagen. Ich glaube, wenn ich da überspringen getroffen hätte. 300.000. Es wird. Es wird. Es wird. Ja. Obwohl 300.000 ist nicht so gut. Das ist nicht so die perfekte Leistung. Na egal. Auf jeden Fall wird es Bonus-Energie geben. Da bin ich mir sicher. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und. Der Begleiter wird im Level steigen. Was schön ist. Und es gibt nur noch Schrott-Missionen. Weil ich schon länger kein Level-Up mehr hatte. Natürlich. Ich habe Level 250. Boah. Da ist sogar die noch fast irgendwie eine der besten. Nur Schrott-Missionen. Egal. Ich nehme eine Münz-Mission an. 16.000 Münzen. Yo. Gönne ich mir. Das gönnt sich der Schilling. Ich bleibe jetzt so angezogen. Und ich hoffe, dass ich nicht sterbe. Aber es ist in wenigen Minuten ein Teamkampf. Und deshalb rüste ich mich erst gar nicht um. Denn ich bin ja nicht dumm. Sonst vergesse ich wieder. Dann bekomme ich Schläge vom Team. Die kommen mit der Peitsche. Und das ist nicht so fein. So. Aber die Kekse kommen jetzt auch weg. Zu ungesund. Die Teile. 3,6 Millionen sind am Start. Okay. Ware ist erneuert. Was sagt denn das Wochenturnier? Wir gehen ja schon langsam. Hier. Zum Ende hin. 52. Okay. 1,5 Millionen. Das ist so krass. Im Vergleich zu Server 2. Mit 1,5 Millionen wäre man da Platz 1. Oder so. Es ist heftig. Es ist heftig. Es ist heftig. Die alten Server. Das ist so schade. Mit 2 Millionen muss man hier für die Top 10 dabei sein. Dr. Ka-Boom. 2,44444445 Millionen. Aktuell. Uiuiuiuiuiuiuiui. So sieht es aus. Stufe sortieren. Rang 44 von der Stufe her. Und jetzt. Jetzt wird es immer enger hier das Feld. Das sieht man. In dem Levelbereich. Okay. Das sind nur. Das ist nur einer auf Level 247. Einer 2,46 und so. Aber dann. Hm, ganz viele 251, ganz viele 252, weil man einfach viel langsamer levelt und das Feld verdichtet sich. Ich habe jetzt nur noch 19 Level Rückstand im Vergleich zum Level höchsten, obwohl die permanent hier mit Energietrophäen zocken. Ich nehme alles zurück, ist diesmal nur eine und ganz viele Training. Vielleicht sind die auch umgestiegen oder man kann es sich ja nicht aussuchen, aber Training ist im Endeffekt für den Char ab der Levelbremse und so gar nicht so schlecht. Aber trotzdem nur noch 19 Level Unterschied und das ist, das ist heftig und ich habe nur einmal die kleinen Donuts aufgeladen, mehr nicht und ansonsten einfach sehr viel Ehrgeiz und viel Zeit reingesteckt. So, Sunny Angel, Glückwunsch zum Siegestreffer. Spartak 17 hat 125 Angriffe gestartet und damit den ersten Platz belegt. Ich bekomme 15 Energie, 4 Trainingsanheiten, einen schicken Chocodile Fundy Hut, 5000 XP und Achtung, 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 Moment, was? Der hat keinen Level Up? Ich dachte jetzt, okay, okay, spät einlösen, denn ich habe noch andere Bonus Energie Gutschein Codes, die ich erstmal abarbeiten muss. Aber der Trainingsanheiten Gutschein Codes, wo ist der? Das möchte ich gleich einlösen. Klopf, klopf. Trainingsanheiten Gutschein Codes. Dankeschön, jetzt einlösen. Das ist die Lösung. Und was gab es hier Neues? Ja, immerhin hat sich gelohnt. Eine schöne, fette Ein-Minuten-Quest. So muss das. Na gut. Gut. Wer bist du denn, du Sunny Angel? Sehen wir uns mal deinen Char an. Level 187. Okay, ist zwar ein gutes Level, aber nicht ganz so krass. Die Stats sind jedoch sehr akzeptabel. Vielleicht hat man da ja auf Münzen ab und zu gezockt oder ich weiß es nicht. Aber die Stats, die können sich sehen lassen und da hat man den Siegestreffer auch echt verdient. Muss man einfach mal so feststellen. Ich habe leider den Namen vom Ersten vergessen. Super Lark, 125. Nein. Ach Mann. Du hast 125 Angriffe. Wer auch immer du bist oder wo auch immer du bist. Auf jeden Fall, du bist, was du isst. Das waren meine weisen Worte zum Wochenende. Gut. Und weil ich es in der letzten Folge gar nicht getan habe, werde ich jetzt hier in die Post reinschauen. Wichtig, der Scatter 1 hat was Wichtiges. Hi. Und nächster bitte. Und nächster. Aber hey, er verschwendet nicht so viel Zeit für sich selbst. Und nächster bitte. Die anderen dürfen auch noch dran. Sehr. Das gibt's nicht. Zwei verdammte Missionen. Und eine davon verliere ich. Ich habe vorhin die mittlere Mission. Mit meinem Top-Outfit gezockt. Und jetzt die schwere. Und ich habe ehrlich gesagt nicht bedacht, dass ich noch umgerüstet bin. Aber instant verloren. Ohne Condi. Und da sagt mir mal noch einer. Schilling, du musst nicht Condi. Man verliert sowieso nur ganz wenig. Ich nehme einmal kurz auf und verliere sofort was. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich werde jetzt keine Mission annehmen. Das gibt's nicht. Bis dieser Team kam. Sind wieder 20 Minuten vergeudet an diesem Tag. Aber. Ach. Das ist unfassbar. Kimua hat wieder was Wichtiges. Glückwunsch zu Level 250. Du bist ein echt super YouTuber. Mach weiter so. Du motivierst mich. Nicht Mutti. Sorry. Motivierst mich immer wieder. PS. Kannst du mein Char bewerten? Wäre. Nice. PPS. Habe keine Donuts für den 50er Booster. Das macht nichts. Aber wo hast du sie reingesteckt? Reingesteckt. Die Donuts. Weil man bekommt ja welche. Oder. Musst du erst die Heldentaten abholen? Auf jeden Fall. Du hast auch den hier. Den ich habe. Sehr schön. Ist ein cooler Begleiter. Abgefangen. Stark wie zwei. Und. Rache. Na gut. Allerdings spende ich nur Donuts. Ah okay. Deshalb hast du keine Donuts für den Booster. Das ist aber sehr nobel. Dass du die Donuts in dein Team rein spendest. Freiwild gratuliert mir zu Level 250. Bist ein guter Let's Player. Das Übliche. Ich habe gerade einen Char gesehen. Ich kann nicht jeden ansehen. Tut mir leid. Bubu. Schreibt Schurke. Schillingeins. Schurke. Aber. Ein böser Name. Hat hier Schurke. 10 Uhr. Hast du nicht gesehen. Keine Rundmail. Keine Rundmail. Sehr wichtig. Aber ihr schreibt mir hier zu viel. Ich hatte euch doch alle schon. Die CC Queen. Schreibt Glückwunsch. Zu 2,50 und zu 2,49. Gar nichts gemerkt. Dankeschön. Aber ab jetzt. Ja wie sagt man. Ich gehöre zu den alten Eisen. Wo es sehr, sehr, sehr lange dauert für ein Level Up. Der Ultron. Gratuliert mir ebenfalls. Danke an dich. Der Lukas13 bleibt. Dann Maki. Schreibt bei. Zarg. Glückwunsch. Danke auch an dich. Schau mir auch, wenn möglich, immer deine Videos an auf S12. Bitte mach weiter so. Hoffe du verlierst. Nicht die Lust und die Ausdauer an S12. Liebe Grüße. Zarg. Dankeschön für diese Nachricht. Dann der Meister ist direkt live reingekommen. Wie kann man schnell die Chips kriegen? Hi. Du hast gesagt, dass wir wieder lange dauern, bis man die 10 Chips hat für Casino. Aber nein. Ich habe drei Liga Kämpfe hintereinander mit Booster und habe einmal 8 Chips und 9 Chips bekommen. Oh. Hey. Danke, Meister. Gib mir mein Geld. Nein. Gib mir dein Geld. Nein. Gebe ich dir nicht. Sorry. Auch wenn das ein guter Tipp war. Bei Liga Kämpfen bekommt man? Hä? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich jetzt... Hätte ich gestern schon. Und so. Moment mal. Liga. Das gibt es ja wohl nicht. Ist das euer Ernst? Da greife ich sofort an. Mann, Mann, Mann. Du bist der Erste, den ich mir aussuche. Erstmal nichts bekommen. Es ist wahrscheinlich nicht zu 100%. Aber sofern eine gewisse Chance besteht, ist das ja nett. Wenn ich das gewusst hätte... Habe ich das gewusst? Und habe es vergessen und verdrängt? Nö. Keine Ahnung. Boah, ich bekomme... Natürlich bekomme ich einen Champion. Ey Leute, ich habe hier 241 Liga-Punkte. Natürlich kämpfe ich gegen einen Champion. Macht ja nur Sinn, als Silber gegen Champion zu zocken. Im Boxring treten auch Kleinkinder gegen Giganten an. Das passt ja alles. Okay, dann eventuell bei Duellen. Duellen, Duellen. Ich greife mal direkt Sunny Angel an. So sieht es aus. Wer hier gewinnt, der muss auch was einstecken können. Wer auszahlt, muss einstecken können. So sieht es nämlich mal aus im Schneckenhaus. Nö. Ich bekomme da nichts. Aber doch 5 jetzt hier. Ach. Warum sagst du mir das nicht früher? Das gibt es hier wohl nicht. Meister, Meister, Meister. Das ist mal schön. Ja, dann werde ich an diesem Wochenende die Duelle ein bisschen suchten. Dann erspart man sich noch so den einen oder anderen Donust. Und das ist doch gut. Ja, sauber. Und dann kann man hier ins Casino gehen und spielen. Ich habe aktuell 13 Chetons. Und kann also nochmal drehen. XP. 1000. Danke, wusste ich. Drei verschiedene. Das sind immer XP. Dann levelt mein Charlie vielleicht. Moment. Moment, Moment, Moment. Wenn ich da noch ein paar Mal drehe. Münzen. Nö. Möchte ich nicht. Also okay, nehme ich. Aber ja, muss nicht so sein. Dann wieder XP. 1000. Hä? Ach so, das steht hier gar nicht. Normalerweise ploppt da so eine Meldung auf. Jo, das Leveler packt er dann nicht, mein Charlie. So ist es eben. Dann verschieben wir das. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe einfach auf übermorgen. Warum denn nicht? Der Timmy hat gewonnen. Und zwar hier ein episches Item. Glückwunsch an dich. Und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von dieser Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, ich spiele jetzt mal. Oh.